Es war ein aufregendes Spiel. Wir sind gut ins Spiel gekommen und dann schon verdientermaßen 2-0 Rückstand geraten. Nach der Pause haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und in der größten Druckphase eigentlich hat Dortmund zugeschlagen und das ist normalerweise ein Bruch im Spiel. Wir haben trotzdem noch an uns geglaubt, haben dann relativ schnell einen Anschluss geschafft mit dem 3-1 und dann danach auch noch viele Chancen gehabt und am Ende war das, glaube ich, ein absolut verdienter Punkt. Wenn man die Qualität der Chancen sieht, die wir auch hatten, hätten wir auch noch ein viertes oder fünftes Tor machen müssen vielleicht. Aber es war mal glücklich, dass wir nach 0-3 in Dortmund beim Spitzenreiter noch 3-3 gespielt haben. Die erste Halbzeit war nicht ganz so gut von uns. Da hat uns Dortmund ein bisschen überlaufen und haben da auch verdient geführt. In der anderen Halbzeit haben wir ein bisschen was geändert und wollten dann natürlich ein anderes Gesicht zeigen und das haben wir auch, denke ich. Ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit war es auch verdient, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben. Es war unglaublich für uns, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Die Mentalität des Teams war großartig. Wir haben nie aufgegeben. Wenn man 3 zu 0 zurückliegt, ist es nicht leicht zurückzukommen, vor allem beim Tabellenführer Dortmund. Wir sind sehr zufrieden. Ja, man muss natürlich das mal bestätigen. Das ist leider in Anführungszeichen so im Leistungssport, dass man das Woche für Woche wieder zeigen muss. Aber heute hat man auf jeden Fall einen Lerneffekt, dass die Mentalität alles schlagen kann, auch eine viel größere Qualität beim Gegner, die er heute hatte. Und wir haben eine super Mentalität bewiesen bis zur 94. und das sollte uns auch über die nächsten Wochen tragen. Auf die zweite Halbzeit können wir aufbauen. Da haben wir wieder guten Fußball gezeigt, hatten viele Chancen, hätten vielleicht sogar noch ein, zwei Tore mehr machen können. Und ja, das, denke ich, gibt schon Mut für die nächsten Spieler. Nach Pavels Tor haben wir alle auf die Uhr geschaut und gesehen, dass in etwa noch zehn Minuten zu spielen waren. Nach diesem Treffer haben wir alle an das dritte Tor geglaubt. Und so kam es dann zum Glück her auch. Und ich denke, die anderen Team-Mate auch. Das ist das, was wir alles geben. Und im Endeffekt sind wir glücklich dafür.